Germany's Next Topmodel Celine Bethmann hat eine neue Frisur. Die sympathische Schönheit scheint den Fittichen ihrer Model-Mama Heidi nach und nach zu entfläuchen und hat sich ihre braune Mähne abschneiden lassen, wie sie auf ihrem Insta-Profil zeigt. Und die kürzeren Haare stehen ihr echt super. Aber nicht nur das, Celine kündigt dazu noch etwas Großes an. Die 19-Jährige ist ab Mittwoch in New York und schon ziemlich aufgeregt, wie sie in ihren Insta-Stories erzählt. Das ist Leute, ihr wisst gar nicht, ob es um diesen Traum in Erfüllung geht. Ich war da einfach noch nie und ich bin jetzt schon so nervös und Spaß. Ich freue mich so riesig, auch wenn es nur für ein paar Tage ist. Wow, wir sind schon ganz gespannt, was Celine im Big Apple so treibt. Und bestimmt wird sie darüber wieder stolz berichten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren.